Ich möchte Herrn Shabih Ali herausfordern, uns darzulegen, wie es ihm nun wirklich sein möge, zu beweisen, was aus der Bibel heute fehlerhaft ist, oder ersetzt, oder hinzugefügt, oder sonst wie verändert wurde. Wie will Shabih Ali uns das beweisen? 2000 Jahre alte Niederschriften, perfekt und fehlerfrei. Also wie will er uns beweisen, dass diese heilige Schrift verfälscht ist? Bitte Shabih Ali, beweisen Sie uns das. Dr. Sorosch fragt also, wie können wir nun beweisen, dass die Bibel verfälscht ist? Im Übrigen, Dr. Sorosch, gibt es tausende Versionen ihrer Bibeln, vom Alten und Neuen Testament. Aber davon ab, Herr Dr. Sorosch, welche von den tausenden haben Sie denn dabei? Sie haben ihre eigene. Kann ich bitte Ihre haben, Dr. Sorosch? Ich bräuchte Ihre. Bitte. Vielen Dank, Herr Sorosch. Jetzt haben Sie die authentische Bibel. Ha ha ha. Nun, wie ich sehe, Dr. Sorosch, ist das die neue King James Version der Bibel. Wussten Sie, Dr. Sorosch, dass diese einst Johannes Kapitel 5, Vers 7 beinhaltet? Den berühmten Vers zum Nachweis der Trinität, dem Neuen Testament? Sind Sie sich darüber im Klaren, Dr. Sorosch? Und erinnern Sie sich an die vorherige Ansprache in der Debatte, indem Sie selber darlegten, dass dieser Vers eine spätere Hinzufügung darstellt? Warum nun, Dr. Sorosch, tragen Sie eine gefälschte Bibel bei sich? Es ist doch nur ein Vers aus 10.000. Sie geben also zu, er ist gefälscht. Nun, Dr. Sorosch, Sie hätten doch auch eine Bibelversion mit sich tragen können, die diesen falschen Vers nicht in sich trägt. Aber nein, Sie tragen die Bibelversion mit sich, mit dem falschen Vers. Und dies ist nur, um die falsche Trinität hier zu belegen. Eine gefälschte Bibelversion. Und da stellen Sie sich hier hin und fragen ernsthaft, wie ich beweisen will, dass die Bibel gefälscht ist? Es ist doch nur ein Vers aus 10.000. Danke, danke. Vielen Dank.